Ja, lieber YouTuber, jetzt ist der Bauerhaus abkommandiert worden. Er muss da in der Küche schnell den Backofen beobachten. Da sind Schmelzbrötchen drin. Die müssen im richtigen Moment raus. Meine Frau musste weg und ich konnte Pause machen. Bei meiner Buchhaltung auch nicht schlecht. Was denkt ihr? Ich glaube, ich nehme die raus. Heiss, 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 heiss. Und dann hier, dieser Schokolade Blitzkuchen muss dann in den Backofen bei 250 Grad reinschmeissen. So, Timer läuft. Wir müssen sofort rein. Der Blitzkuchen. So, noch drei Minuten. Kommt's wohl gut. Lecker! Ja, da probieren wir doch mal einen. Schmeckt's gut. Ja, liebe YouTube-Freunde, das war's. Der Hauzi beim Backen. Wirangen bei aí. Vielen Dank.